Hallo Leute, ich bin jetzt hier bei Bokkify. Da lage ich für euch immer Geigkeitschisten hoch auf vage Begebenheit. Das lage ich jetzt euch immer auf Bokkify hoch. Könnt ihr euch anhauen und ja. Leute hier seht ihr, ich habe hier schon jemanden hochgeladen. Könnt ihr euch erst alles anhauen liebe Freunde. Wie gerade den Linkerschuh habe ich euch hier unten in der Videobeschreibung reingepackt und als Kommentar auch noch mal angepinnt. Da könnt ihr euch Geigkeitschisten anhauen. Paranormale Ichisten Leute. Jeden Konkast kommt gar eine neue Geigkeitschisten online. Auf Bokkify Leute, das könnt ihr euch gut beim Schocken anhauen. Oder beispielsweise wenn ihr pennen gehen wollt. Oder wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid. Könnt ihr euch das anhauen. Oder wenn ihr auf dem Weg zur Schule seid. Könnt ihr euch das auch anhauen. Egal wann Leute. Hört euch das einfach an bei Bokkify. Kocht genug, besser geht nicht. Und beste Ichisten, beste paranormale Geigkeitschisten auf vage Begebenheit. Die wirklich passiert können. Und ich gebe mir auch sehr viel Mühe dabei Leute. Also von daher. Wollt ihr mich freuen wenn ihr euch das anhauen wollt. Und ja. Das wollen mich mega golle freuen liebe Freunde. Mehr wollte ich eigentlich auch nicht. Gibt eigentlich nicht viel mehr Kugan. Klickt auf Bokkify, hört euch das jetzt an. Link hier unten in der Videobeschreibung und als Kommentar angepinnt. Klickt auf Bokkify, hört euch das an liebe Freunde. Und vor allem Leute auf den Geigkeitschisten YouTube Kanal. Da kommen weiter den Geigkeitschisten online. Aber das ist jetzt eben noch vor die Leute die jetzt keinen Bock haben. Ewig lange Videos angegucken. Die können auf Bokkify gehen und dich das da anhauen. Die brauchen keine Videos gucken. Die brauchen dich das denn nur anhauen. Ist viel einfacher. Und vor die Leute habe ich das natürlich dann nochmal gemacht. Vor die Leute die keinen Bock haben. Geigkeitschisten Videos angegucken. Die das Geigkeitschisten nur anhauen wollen. Na egal könnt ihr die anhauen. Aber die kommen auch auch Atsonkach online. Genauso wie auf dem Geigkeitschisten Kanal kommen die Geigkeitschisten bei Bokkify auch Atsonkach online. Die neuen Ischisten. Hier in Gokkach kommt eine neue Ischiske auf Bokkify online. Und natürlich auch auf dem Geigkeitschisten YouTube Kanal kommt auch hier in Gokkach ein neuer Ischiske online. So. Damit war's das. Damit wollte ich euch mal informieren. Bis gebetalt. Und ja.